Italien, Italien. Ja, aber wenn man Turnier gewinnen will, muss man auch an Italien einfach dann vorbei. So ist das, keiner verliert ungern, der Verlust einer Niederlage ist immer, das ist genau. Wie viele Mannschaften? 24. Bleiben noch 22 übrig, gegen die kommen wir spielen und die anderen zwei eigentlich nicht. Deutschland und Italien, gegen die zwei dürfen wir niemals in ein Turnier kommen. Gut, Russland kommt ja ins Meer.